So, weiter geht's... ...mit einer neuen Verfolgung. ...wärst du genauso stur... Was war das? Vielleicht nur der Wind. Hoffentlich. Ich glaub nicht. Ich muss sagen... ...ich find der ist ziemlich tapfer. Dafür, dass alle sagen, dass er so ein... ...ich sag mal... ...waschlappen ist. Sarkasse. Da ist noch ein Kletterhaken vom ursprünglichen Pfad. Ist aber leider keine große Hilfe. Tut mir leid. Hm. Ich glaube, ich sehe schon einen Weg. Das war unglaublich. Ich fälle diesen Baum. Dann erreichen wir den Kletterpfad. Oh. Röms. Halt. Eh... Ist hier sonst noch was. Oh! Tatsächlich. In der hintersten Ecke. Oh. Wo auch immer du hin willst. Ich warte bis du fertig bist. Ja, alles gut, hier ist eh nicht viel, viel los. Du bist ja für alles ausgerüstet. Danke. Klettern wir mal los. Das klang ein bisschen genervt. Ich glaube nicht, dass das ein Sturm ist. Ich sehe meine Hand vor... bei dem Schnee ist es... Ich sehe die Hand vor Augen nicht, das ist echt ein Wahnsinn. Wow! Das fehlt uns noch. Ach du Heilige. Oh nein, keine Brustklaue. Alles nur keine Brustklaue. Oh Gott. Und ich habe so schon nicht so viel Munition. Ich kann mich dunkel daran erinnern, wie anstrengend die in Frozen Wilds waren. Aber zum Glück sind wir ja zu zweit. Also ich habe hier noch irgendetwas gefeiert. Ich muss ganz kurz... Angst da ist kein Feuer... Ah ja. Und ich muss ganz kurz. Oh, was du? Eloy, was machst du da? Eine gerüstete Maschine, kommt sofort. Einfach nur für den Fall der Fall. Wenn du Feuerpfeiler hast, nehme ich die sehr gerne. Ich besteige diesen Berg um jeden Preis. Oh, jetzt habe ich versehentlich den Haus gerüstet. Äh, 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 äh. Geht doch nicht. Kannst du aufhören, neben mir zu stehen, in meiner Sicht? Ist ja der Wahnsinn, meine Güte. Immer. Oh Gott. Oh, hier ist noch einer. Das ist aber auch wieder die größte Arena, die man haben kann. Ja. Oh Gott, ich glaube, ich fehle gleich ein, wenn es so weitergeht. Kannst du bitte aus meiner Sicht weggehen? Immer diese Leute, die, äh, es ist ja Wahnsinn. Ich habe bald kein Dings mehr. Keine Lohre. Au. Oh Gott. Okay, also ich glaube, ich hatte jetzt einfach nur Glück, weil wir zu zweit waren, weil in Frozen Wilds waren die so anstrengend. Ich habe keine Lohre mehr. Meine Ausrüstung sieht einfach nur, ja. Es sieht sehr übersichtlich aus, würde ich mal behaupten. Da habe ich auch nichts mehr. Machen wir hier noch was. Ich hoffe, dass jetzt nicht noch irgendwie was Großes kommt. Weil ansonsten geht mir leider langsam die Munition raus. Uh. Schnell nachladen. Okay. Oh. Oh, Feuerjägerfeiler hat er mir noch hingeschmissen. Das ist ja lieb. Das nehme ich noch mit. Okay, das ist aber keine Heilung. Was genau ist das? Winterfallseere. Oh, es wird dunkel. Ungrau habe ich. Oder zumindest die Überreste davon. So, wo ist denn unser Freund? Da hinten. Oh, warte, 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 warte. Na, immerhin ein bisschen Wasser kann ich mir zumindest bei einer Falle herstellen. Ja, guck da. Klettern wir halt da hoch. Na, komm. Okay, das noch was. Pflanze lasse ich einfach kurz stehen. Oder oben ist auch noch einer. Na, dann nehmen wir die mit. Oh. Huiuiuiui. Also hoch ist ja kein Ausdruck, ne? Hoch ist kein Ausdruck, das ist... Ich glaube, ich musste mir selbst beweisen, dass ich es schaffe. Du solltest zurückgehen. Sag allen, dass es mir gut geht. Ich hätte gern noch einen Augenblick für mich. Ich komme gleich nach. Na klar. Vielen Dank. Ich stelle mir ein bisschen die Frage, wie diese Blume da wachsen kann. Geht das unendlich? Jetzt, da der Sturm sich gelegt hat, sieht alles so friedlich aus. Ja, und es ist dunkel. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich einfach runterfalle und dann macht es Klatsch und dann bin ich tot. Nee, nee. Okay. Wow, das war eine Rungschaft? Okay. Äh, beziehungsweise eine Trophäe. Okay, cool. Ihr unterschätzt den Guten. Au. Hier ist die Blutkrone. Als Beweis meines Marsches. Und mit meinem Segen gehörst du nun zu uns. Mögest du auf den Flügeln der Zehen deinen Weg finden. Das soll wohl ein Witz sein. Er, ein Soldat, bitte. Blume hin oder her. Wir wissen alle, dass er nur dazu taugt, unseren Dreck wegzuräumen. Dann sind wir hier fertig. Pack Schnee drauf, sonst gibt's einen Bluterguss. Ich verdanke dir mein Leben. Wenn ich mein Soldatenzeichen habe, kommen wir vielleicht in dieselbe Truppe. Dann könnte ich mich revanchieren. Er ist süß. Geh schon. Ich komme nach. Hier. Zur Erinnerung an unseren Aufstieg. Mögen die Zehen dir stets zum Sieg verhelfen, Aloy. Wir sehen uns wieder, Pento. Marsch eines Soldaten. Oh ja, ich glaube, wir sehen ihn wieder. Oh, eine neue Gesichtsbemalung und Level 23. Und noch mehr Fähigkeitenpunkte. Und Gesundheit. Und wir leveln mal. Beziehungsweise verteilen wir unseres Skills. Ich bin ein bisschen unschlüssig. Wo ich die reinmache. Leiser Speer. Stiller Schlapplus. Verursacht mehr Schaden. Stellt Gesundheit wieder her, wenn man das so n'n Dings macht. Okay, das ist das mit dem Häcksler. Das sind Bomben. Das interessiert mich eher weniger. Mh, was haben wir hier? Niederschmetternder Schuss. Före einen speziellen Pfeil, der keinen Schaden anrichtet, aber Maschinen taumeln lässt oder niederschlägt, was sie anfällig für Folgeangriffe macht. Mh, ich weiß nicht. Ultraschuss, Bolzenschießer, nee, den haben wir aktuell nicht. Was haben wir da? Werkbank-Expertin, statt Munition an der Werkbank mit weniger Rohstoffen als in der Wildniswehr. Mh, das klingt sehr nützlich, muss ich sagen. Mal gucken, was haben wir denn bei Fallenstellerin? Das ist ja jetzt recht übersichtlich beim Fallensteller. Durchdringendes Seil, den Seilwerfer benutze ich nicht. Flinke Handwerkerin, stelle Werkzeuge, Fallentränke, schneller. Machen wir. Robuste Fallenstellerin, das kann immer mal passieren, dass ich meine eigene Fallenlatsche. Schnelle Fallenstellerin, platziere Fallen schneller auf dem Feld, ja. Gut, dann haben wir da mal ein paar Punkte ausgegeben. Ja, das ist recht übersichtlich bei Fallensteller. Und hier... Oh, was ist das? Verursache dank eines speziellen Modus in deinem Fokus mehr Schaden an Maschinenbauteilen und Schwachstellen. Weißschaden gegen Bauteile plus 25%. Schaden gegen Bauteile, Schaden gegen Schwachstellen. Das klingt cool, muss ich ehrlich sagen. Stachelfalle? Stachelswerfer. Feuere, äh, feuere einen Stachel, der beim Aufprall auf der Oberfläche zu einer Falle wird. Wird nach kurzer Verzögerung aktiv. Verbraucht einen momentan ausgewählten Stacheltyp und mittlere Menge an Waffenhausdauer. Ah, ich weiß nicht. Mh, angetriebener Stachel. Oh, das sieht gut aus. Feuere einen mächtigen, langen Streckenstachel, der beim Auftreffen oder in der Nähe eines Ziels explodiert. Verbraucht bis zu drei Stachel deines momentan ausgewählten Typs und eine große Menge Waffenausdauer. Ah, das ist blöd, dass der drei aufbraucht. Maschinenschaden. Überbrückte Maschinen machen mehr Schaden. Ja, dafür müssten wir auch erst die Brutstätten machen. Ich glaube, das macht, äh, ich glaube, das macht erst Sinn, wenn wir wirklich die ersten Brutstätten gemacht haben. Oh. Okay, stelle eine Maschine bei der Überbrückung auf aggressives oder defensives Verhalten ein. Um eine Maschine zu überbrücken, nähere dich ihr unentdeckt, bringe sie zu Boden oder betäube sie und halte dann zum Überbrücken Dreieck gedrückt. Unterprogramme überbrücken. Spaltener Stachel. Spaltener Stachel. Verhöre einen Stachel, der sich in mehrere Projektile aufteilt, um einen großen Flächenangriff aufzuschlagen. Ja. Kettenfeuer? Kettenfeuer? Stärke deine Entschlossenheit gegen mehrere Feinde. Schaden betrifft in einer Kettenreaktion einen Feind nach dem anderen und innerhalb von 15 Metern. Und verstärkt die Niederschlagskraft. Das ist auch gar nicht so schlecht. Könnte interessant sein. Ja. So, die Kuhlgut. Das heißt, wir müssten langsam wieder nach... Wie ist der Ort noch mal? Hikaru zu... Hikaru müssten wir langsam... Frost-Clone-Areal. Hier oben waren wir. Okay. Also es gibt... Auch ein Areal mit Frost-Clone-Uf. Okay. Jetzt schön geleiten. Ich würde sagen, wir machen uns einfach auf den Weg. Ich sehe wieder mal nichts. Ähm. Bin ich hier richtig? Ich werde es auch rausfinden. Ja, ich bin richtig. Okay. Ich brauche noch eine Vorratsküste. Das heißt, wir machen hier auf jeden Fall mal einen Abstecher. Weil es sieht aktuell nicht so gut aus vom Muniz... Muniz... Was? Okay-Spiel. Das war ein sehr harter Wetterwechsel. Ich brauche ja wieder einen Sturm. So, funktioniert der Aufzug noch oder muss ich extra laufen? Oh, da geht noch. Okay. Die hat jetzt mehr. Okay, 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 okay. Scheiterhaufen-Jäger-Bogen. Robuster Mittelstrecken-Bogen. Jetzt muss ich doch mal gucken. Ähm... Okay, das scheint andere Variante von dem zu sein. Das heißt, wenn ich den nehmen würde, also den linken, den Schalterhaufen-Jäger-Bogen, dann könnten wir den anderen Bogen austauschen. Weil wir haben ja noch extra einen Bogen nur für die Feuerpfeile. Das klingt erstmal ganz gut. Was haben wir denn hier noch? Äh, genauer Scharfschussbogen. Was ist... Was sind die anderen? Äh... Große Distanz. Okay, ich kann mit der einen Munitionsart noch nichts anfangen. Links. Seilwerfer. Vielleicht sollten wir den doch mal mitnehmen. Also normalerweise... Ach, gegen Fliegeviecher sind die eigentlich ziemlich gut, weil man die damit am Boden festtackern kann. Ah, und mit dem liebäugel ich ja immer noch, ne. Aber dafür muss ich unterwegs ein paar Krallenschreiter mitnehmen. Um die komme ich nicht drum herum. Aber wir holen uns als erstes den neuen Bogen. Nehmen den mit. Was haben wir denn noch an Spulen? Die hat ja auch hier noch welche. Plasma und Schock. Plasma hatten wir auch, glaube ich, noch gar nicht irgendwie. Äh, Distanzschaden. Ach, Nahdistanzschaden. Ja, okay. Ah, das könnte gut sein. Aber ich will dafür noch nichts ausgeben. Weil wir kriegen die Spulen ja auch von den Gegnern. Okay, können wir was verkaufen? Oh, warte mal, was haben wir denn hier? Schnelles... Ach so, ja, schnelles Lachlan und alle Agilitätsschaden. Äh, Schaffschussbögen. Ach, ja, die beiden finde ich nicht so... Weiß ich nicht. Bin ich nicht so der Fan von... Die kommen weg. Hausschlüssel braucht hier keiner mehr. Und... Wenn wir unsere Ehre wiederherstellen wollen, müssen wir das im Kampf gegen Regalaturnen tun. Er muss heraus... Ja. Ach, immer diese NPCs, die in der Nähe von einer Werkbank rumstehen. So. Brüllrücken. Brauchen wir für den. Mh, okay. Ich glaube, die normale Munition macht bei dem weniger Schaden, oder? Also, wir müssten unterwegs einen Brüllrücken mitnehmen, damit ich den aufwerten kann. Und wir hatten schon auf dem Weg dahin, wo wir jetzt gerade sind, hatten wir auf jeden Fall schon einen gesehen. Das weiß ich. Mh, Outfits. Haben wir hier noch was? Brauchen wir mal noch Schnappmaul? Ja. Ich will mal ganz kurz die, äh, Waffen vergleichen. Mh, wo war der? Hier. Der macht 30. Der macht nur 27. Ha! Okay, blöd. Blöd, blöd. Genau, das ist der eine. Und das ist der, den wir rein theoretisch austauschen könnten. Ah, ich weiß, warum der mehr hat. Der hat noch eine, äh, der hat noch eine, äh, Spule drin, auch. Sehe ich gerade. Ähm, mh, 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 mh. Was soll das sein? Mh, haben wir noch irgendwas anderes schon? Nee. Wir haben echt wenig. Also, was Spulen angeht, ist echt nicht so berauschend. Okay, jetzt hat der aber immer noch ein bisschen, der hat immer noch zwei, äh, zwei mehr. Ha! Verdammt! Ich glaube, wir können den hier, den können wir erst mitnehmen, wenn wir den weiter aufgewertet haben. Und der ist von der Aufwertung her nicht so schlimm wie der andere. Weil bei dem hier, da musst du ja richtig investieren. Was das Aufwerten angeht. Was hast du noch? Achso, das, äh, ist ein Scharfschussbogen. Gespaltener Scharfschussbogen. Der hat noch Abriss dazu. Aber der hat halt, hat halt das Feuer noch. Aber die Frage wäre halt, ja, was nehmen wir stattdessen mit? Also, anstelle von dem, nee. Anstelle von dem hier. Hm. Schauppholz und Schießer könnte man mitnehmen, aber ich weiß halt nicht, ob ich den benutze. Hm. Ich nehme erst mal wieder den, ich nehme den mit erst mal. Weil zwei Schaden sind zwei Schaden. Das sind zwei Schaden zu wenig. Auf Dauer. Und das kann verheerend werden. Okay. So, gut. Oh. Kinder am Weg. Ich gleite. Was seid ihr? Oh, das sind die Krallenreißer noch. Ich könnte Löschwasser gegen sie einsetzen. Ja, verdammt. Wenn ich das richtig gesehen habe, sind da auch noch... Die brennen. Die brennen einfach. Ich bin nicht da. Warum ist hier kein... Warum ist hier kein Gebüsch? Wo zum Teufel da sind meine Steine? Okay, ich muss ehrlich sagen, die normalen Krallenschreiter, die finde ich irgendwie schöner. Die sind irgendwie... Hm. Ich habe auch nichts mit Löschwasser, ne? Das ist ein bisschen blöd. Ich glaube, sind die anfällig gegen Feuer? Wahrscheinlich nicht. Nein, überhaupt nicht. Ach. Was ist das denn? Mist. Verdammt. Mir fällt gerade ein, ich wollte eigentlich noch meine Vorräte draufstocken. Aha. Meine Rotze. Ja, geh mal weg. Geh mal weg. Danke. Sie werden die Suche bald aufgeben. Ich werde so doch nicht gegen ihn kämpfen, weil ich habe keine... Ich habe die Hälfte wieder vergessen, ne? Geh nochmal nach oben. Und ich finde es ein bisschen nervig, dass ich keine Waffe habe mit Löschwasser. Mir fällt gerade ein, wenn die jetzt neue Waffen hat. Vielleicht gibt es dann auch neue, ähm, neue, neue Rüstung. Nein. Geh mir nicht auf den Keks. Ich möchte nicht. Oh. Mir geht so ein bisschen das Material. Ich habe keine Lur mehr. Nicht mal so ein bisschen. Oh, verdammt. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist die Fremde. Die Fremde hat es uns getroffen. Wenn wir unsere Ehre wieder herstellen wollen. Hast du was Neues für uns? Nein. Hast du nicht. Warum ist dann da überhaupt so ein gelbes Ausrufezeichen? Jedes Mal, wenn ich hingehe. Löschweißer Verteidigung. Ach, die. Kommt vorbei, wenn du nächstes Mal gehst. Ja, ja. Das nächste Mal. Okay. Mal überlegen. Da haben wir noch einen Färberen. Das interessiert uns erstmal weniger. Ähm. Genau. Dann gehen wir wieder. Dann gehen wir. Los. Und dann schauen wir mal, dass wir da an den Krallenschreitern erst einmal vorbeigehen. Ja. Wir tun jetzt mal. Und das. Dann. Und jetzt. Dann. 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 ja ich weiß spitzenmaschinen sind schwieriger und halt mir aus und noch mehr damage und zum tödlicher und da ist ein frost clown gebiet ich muss sagen das ist gefährlich in der ecke die waren vorher noch nicht da die ganzen maschinchen wir sind jetzt erst aufgetaucht okay wir wollen den weg gehen weiter was haben wir da lanzenhorn frost richtet hier nicht viel aus sie sind anfällig gegen feuer noch ganz kurz gucken was haben die hinten drauf rohstoffbehälter kühlsaftkanister die haben keine lohe weil ich bräuchte tatsächlich lohe und die werde ich aber hier oben im nord nicht finden ja 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 komm ich lass sie mal ganz gut bewusst stehen ja meine lieben ich weiß wo der nebel der nebel so richtig schön unheimlich ja ich glaube ich glaube nützlich um farben herzustellen und unterwegs nehmen wir auf jeden fall noch nur feuerchen mit naja wo es der weg gab hat wir sind hier 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 Wie eine Brücke. So, Steinrauen. Da ist noch jemand, der gerüchte. Wir müssen zur Kuh suchen. Streiterin, hier drüben. Ich muss dir etwas erzählen. Hau raus. Wir handeln nur an. Das Spielbrett wird taugen. Wenn du Narrationen suchst, die dir in der Wildnis das Überleben sichern, solltest du nach Salzbiss gehen. Das ist eine Wüstensiedlung im Osten. Großer See. Nicht zu verfehlen. Die Köchin Pentalla kocht für alle. Egal, ob sie tenakt sind oder nicht. Danke fürs Bescheid sagen. Wenn ich dort hinkomme, schaue ich bei ihr vorbei. Das verlange ich gar nicht. Ich weiß, aber wir beide als Kommen im Gedenken ist eine Wahl. Vielleicht sogar bei einem Kalt in der Erde. Gibt es hier noch was? Hm, nee. Schnell betonten, wie das Trollwerk füllen. Wäre bestimmt töd. Okay, ja. Hier ist der richtige Weg. Warum hast du ein Ausrufezeichen? Ja, den Stachel hätte ich immer noch gern. Aber dafür müssten wir erstmal... Dafür müssten wir die Krallenschreiter machen und ohne wirklich Materialien ist das echt blöd. Ich musste dringend üben. Weil ohne Lohre kann ich keine... Kann ich keine Feuerpfeile herstellen. Wobei ich sagen muss... Feuer... Ja gut, Feuer bringt bei denen halt nicht so viel. Aber ich habe auch keine Löschwassermunition, was mich ein bisschen nervt. Deswegen würde ich die ganz gerne auf ein bisschen später verschieben. Ich höre was buddeln. Was? In welchem Jahrhundert... Okay, die ist am Tanzen. Ja. Ach, wer hat mich denn da gesehen? Wo rennt der denn jetzt hin? Okay. Der hat mich aber auch schon wieder drei Kilometer gegen den Wind gesehen, gefühlt. Guckst du auch noch mit? Geflochtener Draht. Ach, da sind ja... Ja, okay. Sag mal, Leute. Was soll denn das? Ich bin doch gar nicht da. War was? Da war doch eigentlich gar nichts. Oder seht ihr das etwa anders? Klatsch. Da hat er es mal, Hörner. Ich weiß, du bist nicht anfällig gegen ein Feuer, aber es ist schon ein bisschen doof zu brennen. Nein. Kein Feuerreishorn. Okay, die Musik ist echt cool. Klatsch! Oh Gott, konnten die schon immer auf Feuerbälle schießen? Wahrscheinlich konnten sie das, ich habe noch nie darauf geachtet. Oh, die haben doch nur dabei. Nee, warte mal, das sind ja auch andere. Die, die ich vorhin gescannt hatte, das waren ja, glaube ich, Lanzenhörner. Das waren ja jetzt hier Feuerreiswörner. Ja, haben schon einen Unterschied. Ist nicht das gleiche. Und Lo ist genau das, was ich brauche. Ich glaube, ich muss mich außerhalb von den Folgen hinsetzen und ein bisschen Lo fahren. Ich mache das fertig, dass wir, wir haben acht. Acht, das ist, äh, nix. Das ist wirklich einfach nur nix. Vielleicht haben die Tenag die Gräber gestört, als sie hier nach Sachen gesucht haben. Vermutlich ist dadurch die Höhle eingestürzt. Sie haben es raus geschafft, aber die Maschinen haben sie trotzdem erwischt. Ich habe keine Ahnung, von welcher Höhle du redest, Eloy. Nicht mal so ein bisschen. So. Das muss mit. Okay, es scheint warmer zu werden. Da ist ein Dings. Ich glaube, hier irgendwo müsste eigentlich der Brüllrücken... Äh... Ja, ich glaube, der Brüllrücken müsste eigentlich... Hier irgendwo sein. Wir hatten ihn ja gesehen in der letzten Folge, glaube ich. Ich werde dir zu einem Eis zerbremdet. Hast du was Neues? Du hast so ein Ausrufezeichen. Achso, das ist... Ja, das ist... Möchtest du mit den Tenagthandeln? Aktuell... Nicht, nein. Weil du hast noch nicht so interessante Sachen. Was bist du? Ist das das, wo ich denke, dass es das ist? Im Dunkeln sieht man immer so viel neben dem blauen Licht. Wobei, nee, ich glaube, das sind... Frostmunitionen richtet hier nicht viel aus. Das ist ein Schnappmäuler. Das ist ein Schnappmäuler, weil es ist nicht nur eins. Warte mal, sind die anfällig gegen Feuer? Wenn ja, habe ich... Ja. Oh, das sind nicht gerade wenig. Das ist eins. Rollerrücken. Ich weiß nicht, ob wir das so getrennt bekommen, weil Schnappmäuler sind nicht gerade angenehm. Wie viele Maschinen wollen sie auf einem Fleck haben? Alle. Das sind... Sind es vier oder sind es fünf? Okay. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache, bin ich ganz ehrlich. Spitzenrollrücken haben wir auch noch mit dabei. Ich glaube, wir suchen uns die an einer anderen Stelle. Weil ich glaube, wenn ich da unvorbereitet reingehe, dann bin ich ganz schnell Matsch. Außer ich schaffe es irgendwie, was von der Gruppe zu trennen. Gegen die Rollerrücken habe ich halt auch noch nicht gekämpft. Okay, jetzt gehen wir unten lang. Ich war es zu bezweifeln, dass ich die irgendwie getrennt bekomme. Also ich werde es zumindest versuchen. Ich will nur mal ganz kurz schauen, gegen was seid ihr anfällig? Ihr seid gegen frostanfällig und ihr gegen Feuer. Oh, spitze Schnappmäuler. Auch noch. Okay. Ich glaube, wir machen das anders. Habe ich hier irgendwo Gras zum Verstecken? Ja, da hinten ein Pups. Ein Pups von Gras. Was? Wie? 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 Die Maschinen haben sie trotzdem erwischt. Einer Die Die, der, äh, haben die schon immer Säure gespuckt? Ja, ey, Loi, ich weiß, du brauchst dich nicht dreifach wiederholen. Oh, jetzt ist der ganze Wiki voll. Ach, ja, ich hab ja keine Lohe. Scheibenkörper, ja. Der kann springen! Ich wusste nicht, dass die springen kann. Das ist ganz schön schnell für Koko, die. Ja, oh, ey, Loi, kannst du bitte aufhören, mir zu Orte zu stöhnen? Okay, nein, nein, einfach nein. Nein, nein, einfach nein. Ist okay, beruhig dich. Ich hab absolut keine Munition für die. Ich habe keine Lohe, ich kann die nicht ordentlich bekämpfen, so funktioniert das nicht. Und wenn Aloy mir dreimal das gleiche an dieser Stelle erzählt, ist das nicht wirklich hilfreich. Das heißt, wir werden jetzt einfach weitergehen, wir ignorieren die in dieser Folge. Und schauen, dass wir noch ein bisschen weiterkommen. Ohne passende Munition komme ich da nicht weit. Okay, das sind wieder die... Okay, das ist mal die Dingsmaschine. Ist hier irgendwas? Ich geh mal ein bisschen querfelder ein. Ja, das muss man. Kannst du... Okay, spiel. Ich glaube, hier ist der See. Hier ist ein See. Es ist... Es sieht nicht aus wie ein... Oh, es ist kein See. Es ist eine Fläche mit... Wasser. Okay, oder es ist doch was ganz Flaches. Was ist da los? Ganz kurz, ich brauche Heilmunition. Ach, Heilmunition. Ist das ein Reuerücken? Kriegen wir doch noch unseren Reuerücken in dieser Folge? Ja, wirklich. Ich erledige dich. Oh Gott. Oh mein Gott. Der Wind hat sich gedreht. Ich erledige dich. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nein. Ich erledige dich. Hast du nur einen Satz, den du sagen kannst, oder kommt da noch was anderes? Oh, das war zu nah dran. Oh Gott. Oh. Kein Kühlblock? Meine Kamera braucht Hilfe. Oh, ernsthaft? Oh, aber da ist nicht das bei, was wir tatsächlich brauchen für die Waffe. Also... Bitte. Es geht um mein Leben. Du musst meiner Freundin helfen. Warte. Lagensam. Was ist los? Letei und ich gingen mit Waren aus Salz bis Richtung Süden, als uns Maschinen angriffen. Ich ließ sie zurück, um Hilfe aus dem Hain zu holen und traf direkt auf eine weitere Maschine. Denn zehn sei Dank, dass du da warst. Deine Freundin kämpft immer noch an der Straße? Mit den Maschinen? Das versuche ich dir ja zu sagen. Ich hole sie raus, wenn ich kann. Mach dich auf den Weg und hol Verstärkung. Mach ich. Ich schulde dir was. Okay. Es bleibt spannend. Aber ich muss mal ganz kurz gucken. Wo ist sie denn? Warte mal, Quest. In der Ferne gehen los. Sie könnte außerdem Hilfe... Ist es das? Zwei Tenakzeiter hatten angegriffen, die Vorräte auf uns als... Das ist das, glaube ich. Okay, also das würde ich ganz gerne noch machen. Und dann können wir langsam wieder zurück in Richtung Hauptstadt. Okay. Dann habe ich noch genug. Okay, das Wasser ist ein bisschen komisch. Okay, da liegen lauter Dinge rum. Die andere Tenakzeiter sollte noch an der Straße sein. Ein Warnschlitten. Ohne die Waren. Und die Tenakzoldatin. Es scheint, als ob die Tenak nach dem Angriff Waren bergen wollte. Ließ sie sie zurück, als sie rennen musste? Vielleicht bringen sie mich zur Soldatin. Was war das eben für ein Geräusch? Das war ja richtig komisch. Ja. Es ist... Okay, wir machen für die Folge Schluss. Wir sehen uns in der nächsten. Tschüssi.